herzlich willkommen seit zwei folgen mal wieder auch zu einem day shop video mit mir dem herr sofort und was sie die wasser so wir gehen einen shop vom 17 nachten 2020 und und die kamera ist egal wo sie die wasser hallo wir haben neue wir haben neue items o mond heimat das habe ich gar nicht und wusste gar nicht dass die mond heimat neu ist hinter uns sofort sie haben ja gar keine ahnung dann starten wir jetzt in einem shop ja sofort machen sie das ding ok welches welches ist besser dass hier gleich schwebende gleiche riechen das guckt da nicht mehr hier ist sofort ich werde an dieser nicht teilnehmen welches ist besser macht's gut ok nein 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 leute der jetzt schon die hälfte schon abgeschaltet egal so wir haben hier einmal abfeiern schön bruttelmeister schön really schön mit der schön drachen axt schön senkt nicht so schön netz wird sehr cool 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 bla 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 und wir kommen zu den alten items ja mond heimat inspiriert von längst untergegangenem und was inspiriert von einem längst untergegangenen mond 500 okay das ding sieht man so schnell also das ding sieht wirklich geil aus wird mir ziemlich würde ich sagen das ist natürlich die taube es geht immer schnell und sie machte man das nice jetzt kommt zu picken und dem skin im dm wenn man erst mal 8 das ist ein kleid ist geiles tag oder sieht geil aus oh ja so dem gebe ich auch wo sieht der geil aus auch fünf sterne mega fettes teils da cross 552 votes dann jetzt so und der und der deo abstoß den finde ich nicht wirklich cool ja drei von fünf bei drei wo es kommt zur bewertung von dem heutigen einem shop würde ich schon mal ganz da rein so ja da rechts sind noch die ganzen die items und da ist schon gehalten als das ist eigentlich mega wenn es euch gefallen hat dass wir gerne ein daumen nach oben da und ich würde sagen